nur wird gern mitspielen oh wir fangen aber schnell ja Was ist das denn? Oh, jetzt gehst du immer hier richtig steig an. Was ist das denn? Oh, nein, nein! Jetzt kommt Toomstorm! Konto, Konto, schneller! Oh, shit! Wir können sie auseinanderreißen, die Schweine! Ja, egal! Es ist doch eigentlich vorbei! So, wir sind jetzt ein Schiff hier. Was soll irgendwo hin? Sagst du, es ist die Steuerung, es bleibt der letzte Scheißdreck. Wer auf die bescheuert die Idee gekommen ist, mit dem linken Steak. Wirst du gestellt, mit der hat sie drin. Scheiße, die beiden die Kaheli! Wir werden uns fertig machen. Das Team ist fertig. Das Team ist fertig, Geras. Ja, mit der Steuerung hat sich die Ehrung während der Zürich. Die Fahrzeugsteuerung, so wie ich das jetzt. Was ist das? Ah, ja. Sehr gut. So. Einziger Schatz. Falls du unsicher bist, dass ein Gegner du vor dir sind. Ja. Wenn sich aber keine Mediziner hat, muss er ja gar nicht. Ich ziehe aber jetzt keine Gegner. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Ob der hier ist? Nee. Jetzt aber nicht. Schön vorsichtig. Was? Oh ja. Oh oh. 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 Ja, ich weiß nicht. Hier bist du zerbrötet. So kommt. Zerbrötet. Geh voraus, Riker. Passt auf. Keine Ahnung, wer freund ist und wer freund ist. Das ganze Schiffsetting, das wiederholt sich ganz schön. Ja. Ja, wo sind die Stinger? Waffenkisten? Alter, das ist keine Stinger. Da gibts ne extra. Ja, da habt ihr ne Stinger weg. 1, 2 Stinger. Ok. Aber wo? Der unten ist doch angezeichnet. Da sind diese blauen. Da war ich doch gelesen hier. Geh doch mal weg jetzt hier. Da hab ich hier nur die Waffenkisten. Und? In ihn. Das war's. Guck mal bitte bei Gadget. Hier, warte mal. Da war doch gerade was. Ah. Wer hier niemanden, ne? Ja. Ach komm, ist ja egal, oder? Wer noch sagt, die Stinger, dann nehmen wir hoch, die Stinger. Ich hab' noch den Hinblick auf. Zieh's direkt von los. Warte bis er erfasst ist und schießt. Du hast zielen, Mann! Fuck, der ging daneben. Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Du darfst Hier steht auch sehr, sehr günstig Und direkt im Zielfeuer das Gegner Ja, da sind die besten Spawnpunkte Weil du dich erstmal noch drehen musst, gell? Um 180 Grad und dann noch ein Gegner vor dir hast Gucken wir mal, was dein Gegner war Ja, da war einer Die kommen jetzt gleich von rechts aus der Tür raus Ah, da seht ihr schon Die kommen zwei oder drei Mal raus Ich war auf der anderen Seite, da war der Fehler Oh, spät gesehen, den Typen Das ist aber schön Besser, wenn ich angeschossen werde, dann sehe ich auch immer alles in schwarz-weiß Wie dumm das ist Na gut, ich wurde mir noch nicht angeschossen Aber ich gehe trotzdem davon aus, dass ich meine Sehkraft behalte, wenn man mir ans Bein schenkt Deswegen sieht man auch, wenn man Pilze isst, dann alles in schwarz-weiß, gell? Wie kommst du denn jetzt auf Pilze? Wegen schwarz-weiß Das kennst du wieder nicht, gell? Nee, Pilze habe ich nicht gegessen in meiner Jugend, das ist richtig Hat man das in Bayern so gemacht, ja? Ja, ich war zu oft im Wald Ich musste dann immer Pilze essen Das kenn ich auch So, ich mach auch mal was zurück, ne? Das war sehr probativ Doch, hat absolut gar keinen gebrochen Aber die hier jetzt hier Naja, naja Ich muss auch aufhören, unsere Granaten irgendwie so aus dem Fenster zu hauen Da kannst du dich genauso gut über die Reling stellen und die Granaten einfach aufhören Andere schmeißen das Geld aus dem Fenster, ich die Granaten So, wir haben es denn Die hat man doch untergefügt Nichts? 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 Jetzt muss der Papa erstmal hier zeigen, wie es hier geht Oh Hm-hm Weiter! Ihr müsst Garrison finden! Ihr könnt auf die Krankenstation gehen! Du hast mir jetzt also gezeigt, wie es geht. Ja. Ich habe dir das jetzt mal gezeigt, wie das hier geht. Und so. Dann müssen wir neue Munitionen. Jetzt gehen wir weiter hier. Ich habe heute eine Kreis- und Viereck-Koordinationsstörung. Nur heute? Nee, die habe ich auch schon mal. Du hast ja den Evil gehabt. Da war doch was. So ein Scheiß, Pat, mach du! Oh. Warte mal, sind denn die alle jetzt so blöd, die Tüge aufzumachen, oder was? Ja, das sind die große Stalltüge, die da nicht sehr weit anstehen. Läscher mich. Läscher mich. Läscher mich. Meine Fresse, kann ich kämpfen. Wird zum Teufel ist der? Garrison hat ihn verlegt. Was? Das hast du zugelassen? Ihm ist egal, wer ich bin. Was hätte ich denn tun? Sollen ihn bekämpfen? Ich habe die Verteidigungslinie gehalten. Ruf das Kommando-Deck und frag Garrison, wo er ist. Auf dich wird er hören. Meine Güte, Hanna, das Kommando-Deck ist abgeschnitten. Sieh zu, dass du verschwindest! Auf geht's, Tumfdor! Ich sichere! Du steckst voller Überraschung. Was, Hanna? Ui, ist da auch Hanna Montana? Was ist denn? Oh. In dem Schiff so... Na gut. Da muss ich, ja? Ich bin auch gut geliebt. Sehr gut. Das ist okay, da ist er kein Reif. Wolltest der Granate vorrutschen? Ja, ich dachte, dass das... Ich hab so lange Rollenspiele gespielt. Oh, guck mal, ein Sammelobjekt. Das Battlefield ist nicht Looten und Leveln hier. Dungeon & Dragons. Ich hab noch nie so eine Rampe in einem Schiff gesehen. Warst du schon mal in so einem Schiff? Nee. Aber da wird sowas nicht gehen. Da wird sowas nicht gehen, Alter. Komm, hallo, eine Rollstuhlrampe. Die direkt aufs Flugdeck führt. Was ist die denn jetzt? Scheiße! Ach, Schwein gehabt. Mach das bloß nicht noch mal. Komm ich ja nicht so schnell weg hier. Ah, was ist jetzt? Die Kassers liegen alleine. Schieß dir mal, Rixxer. Das hättest du auch alleine geschafft. Ich wollte dich nie nicht anstrengen. Oh, 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 Vorsicht! Feindlicher Heli ist erledigt! Ganz genau! Legt euch nicht mit der Valkyrie an! Achtung! Luftangriff! Oh nein! Nehmt euch ein Heli! Wir müssen verhindern, dass diese Wichser die Kommandobrücke erreichen! Komm weg! Komm weg! Na ja, gut, dass ich das nicht weggenommen habe. Den kannst du nicht wecken! Den kannst du nicht kaputt machen! Das ist doch blöd! Das ist doch blöd! Mit wie viel Stingern soll ich denn dann noch draufschießen? Der muss erst die fünf Handel da absetzen. Ja, wenn die Aufgabe ist, den abzuschießen bevor du das Zeug absetzt. Das ist lächerlich. Schürt euch! Das ist das Beste, das ist das Beste! Das ist das Beste! Was ist das Beste? Oh, was ist das Beste? Das ist das Beste, das Beste! Stauwenden die Phase! Sie sind in der Karte! Doppel percent Rad・Beste! das hilft zu viel vielleicht sagt jemand Oh, okay, mal wieder raus. Feindlicher Hustkopf, weg! So gläscherlich! Hey! Oh, ich könnte den Controller durch die Ecke flacken, ey. Juhu, ich darf, ich darf.